Ja hey, in dem Video möchte ich nur ganz kurz erklären, wie ich das jetzt mit Revival dieses Mal vorhabe. Denn ich werde auf dem Hauptkanal nur so 2, 3, 4 Videos davon machen, wo ich dann immer so 2, 3 Sessions gleich in ein Video schneide. Und die Folgen, wie ihr sie bisher kennt, gibt es einfach auf dem Zweitkanal. Dementsprechend schaut da rein. Und wenn ihr nicht die Zeit habt, 1000 Folgen auf dem Zweitkanal auszuchecken, dann guckt ihr hier vorbei. Ach genau, die Folgen kommen immer Samstag und Mittwoch. Und die erste Folge ist jetzt gerade live, wenn ihr das hier seht. Also schaut rüber. Is worth. Wir haben was gemacht, wir haben ARC gespielt. Die anderen auch. Schaut bei den anderen auch vorbei, die sind verlinkt. Ja, in dem Sinne, schüssen, gönnen sie sich.